So Freunde, wir haben viel Spaß, wie ihr merkt, denn wir machen viel Content und jetzt gibt es die angekündigte Rückrundenprognose beziehungsweise Prognose ja dann für die wirkliche Tabelle am 34. Spieltag in der 2. Liga. Ja, wir haben vor der Saison ein bisschen was anderes getippt. Da könnt ihr euch gerne unsere Fazits anschauen, nämlich zur 2. und 1. Bundesliga. Da sind wir nochmal drauf eingegangen, wie wir teilweise drastisch daneben lagen und jetzt passen wir das nochmal ein bisschen an und ich bin sehr gespannt. Wir wissen nicht von dem jeweils anderen, was er denn tippen wird, wer wo landen wird und wir sprechen jetzt und gehen von Platz 18 bis zu Platz 1 und geben unsere Prognose ab und ihr wisst ja, ihr habt es ja im Sommer gesehen, wie genau wir da Punktlandungen erzielt haben. Also bin ich sehr gespannt, wird wieder ordentlich Zündstoff auch bei euch wahrscheinlich geben über unsere Meinung, da bin ich mir fast schon sicher und ich würde sagen, wir legen einfach mal mit Platz 18 los und da darf Nico dann zuerst. Ja, Nico soll ich zuerst unbeliebt machen. Das Problem ist ja, man muss ja einfach wirklich sagen, man wird so oder so Leuten auf den Schlips treten. Schreibt doch direkt mal zu Beginn eure Prognose unten rein. Ohne, dass ihr es gesehen habt. Genau, ohne, dass ihr es schon gesehen habt. Also direkt am Anfang und lasst natürlich einen Däumscher oben, da ist wichtig. Natürlich. Und dann fangen wir an. Also ich habe auf 18 tatsächlich vielleicht relativ langweilig, aber ich bin da einfach ganz offen und ehrlich und glaube auch, dass da nicht viel mehr geht. Ich habe den VfL Osnabrück auf 18 und sehe da, auch wenn man zuletzt zwei Punkte gerollt hat, also zwei Unentschieden nochmal rausgerollt hat, so eine kleine Steigerung vielleicht da war, sehe ich einfach nichts und kann mir auch nicht vorstellen, dass die so eine überkrasse Aufholjagd irgendwie machen. Ich glaube, dass die auf 18 runtergehen. Ich sehe auch weiterhin dieses absolute Problem vorne im letzten Drittel. Ich sehe da auch keine Lösung drinne und deswegen ist bei mir Osnabrück auf 18. Ja, hat sich bei mir auch nichts geändert und da muss ich einfach sagen, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, zwei Punkte gegen St. Pauli und Hertha geholt haben, sage ich, neun Punkte im Abstiegskampf aufzuholen, das ist schon manchen Teams gelungen, aber das ist unfassbar schwer. Erst recht, wie du es schon gesagt hast, seit Anfang der Saison, ob er jetzt mit Uwe Koschin hat als neuen Trainer oder unter Tobias Schweinsteiger, wenn du zu viele Chancen brauchst oder in der Torerzielung nicht eiskalt bist, wie soll das funktionieren, weil Osnabrück wird keine Mannschaften an die Wand spielen. Das heißt, sie müssen effektiv sein und das fehlt mir da einfach komplett. Sie haben dazu noch, zu diesen neun Punkten, die schlechteste Tordifferenz mit Abstand von allen. Also brauchen sie tendenziell nochmal einen Punkt mehr. Rostock auf 16 ist schon acht Punkte weg und deswegen glaube ich einfach nicht, dass sie das noch hinbekommen werden, auch wenn, wie gesagt, die letzten zwei Auftritte okay waren, aber eben auch da nur unentschieden im Endeffekt. Und davon können sie sich jetzt am Ende auch nichts mehr kaufen. Und ich glaube, sie sind auch weiterhin die Mannschaft, auch wenn es nur knapp ist, mit den wenigsten Toren der Liga und den meisten Gegentoren. Und deswegen bleibe ich dabei, auch Osnabrück landet bei mir auf 18. Wer ist denn dein Platz 17, also der zweite direkte Absteiger? Da hatten wir, wir waren ja beide vorher ausgegangen, Wehen und Osnabrück steigen ab. Was sagst du jetzt? Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch meine Prognose jetzt 0,0 nach meiner Prognose vor der Saison gemacht, weil ich sowieso... Ich auch nicht. Man muss ja auch sagen, jetzt, das ist halt überwiegend aus den Eindrücken, die man gesammelt hat. Vor einer Saison ist ja zu dem, wo du dir vorstellen kannst, was geht, guckst ein bisschen, was transfertechnisch passiert ist und so und wem traust du es zu. Am Ende ist das alles ein Bauchgefühl-Ding. Da gibt es ja auch kein Richt oder Falsches, wirst du am Ende halt sehen, ob es gut gelegen ist oder nicht. Ich habe hier bei 17 tatsächlich für mich eine Mannschaft hingestellt, die ich vor vielleicht acht Wochen auf keinen Fall da gehabt hätte. Liegt aber einfach daran, dass sie sehr, sehr stark begonnen haben, überraschend stark begonnen haben und dann Schwäche aufgehört haben. Und das ist bei mir auf 17 Hansa Rostock. Ja, ich glaube, ich habe ja letztens schon bei unserem Fazit gesagt, dass ich zum Beispiel bei Lautern, wo man eher sagen könnte, negativ trennt, die gehen vielleicht runter, glaube ich nicht dran, weil ich glaube, dass sie über die Heimspiele hinweg auf jeden Fall diese Punkte erreichen, um in der Liga zu bleiben. Deswegen sind die auf keinen Fall bei mir auf 17. Und dann war bei mir wirklich so ein bisschen die Frage, 16, 17 bei mir Braunschweig-Rostock. Und da habe ich mich entschieden für Hansa Rostock auf 17. Ich glaube, dass die in der Rückrunde sich sehr, sehr schwer tun werden. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wieder so eine spielerische Wende kommt wie am Anfang der Saison. Ja, und deswegen ist jetzt bei mir auf 17 Hansa Rostock. Das ist ein guter Zufall, weil bei mir ist auf 17 auch Hansa Rostock. Ach krass. Ja, und ich habe die ähnlichen Punkte. Sie haben sich jetzt von Alois Schwarz getrennt, haben Selim Begovic geholt, ist ja noch ein junger Trainer. Er kennt die zweite Liga von Jahren Regensburg. Aber da fällt es mir auch schwer zu glauben, dass der jetzt auf einmal, wenn du schon da unten drin stehst, einen völlig anderen Fußball spielt. Ich meine, deswegen haben sie ihn ja eigentlich geholt. Anderer Fußball als Alois Schwarz. Wir haben vor der Saison ja gesagt, vielleicht kann man mit der Mannschaft auch einen anderen Fußball spielen. Aber ich glaube, da wird es die Kehrtwende nicht geben. Da ist der Trend zu schlecht. Kommt natürlich immer darauf an, wie startet man in die Rückrunde rein. Ich kann euch schon mal sagen, was ich jetzt gar nicht mehr mache. Ist nämlich zu schauen, wie sehen die letzten vier Spiele aus? Wie sieht das Restprogramm aus? Das habe ich früher immer so geguckt. So zum Beispiel letztes Jahr bei Hertha. Was hat Bochum noch für ein Restprogramm? Aber da passieren dann immer so viele Sachen, mit denen man eben nicht gerechnet hat. Und erst recht in der zweiten Liga, wo jeder jeden schlagen kann, da passieren so oft Dinge, die man niemals am 34. Spieltag oder 33. Spieltag für möglich gehalten hätte von diesen Konstellationen, dass ich darauf gar keine Rücksicht mehr nehme. Sondern von den Eindrücken, wie ich sie gesehen habe, glaube ich nicht, dass Selim Begovic es hinbekommt. Beziehungsweise, ich sage es anders, ich mache einfach meinen Platz 16 jetzt. Ich finde einfach, dass Braunschweig es geschafft hat, nach dem Trainerwechsel so einen krassen Turnaround hinzubekommen unter Scherning. Und Spieler auf einmal, die funktioniert haben, die vorher nicht funktioniert haben. Wie zum Beispiel dieser Ryan Philipp, wie auch ein Kaufmann. Und es kommt eben noch der von dir oft genannte Uja wahrscheinlich irgendwann mal zurück. Und ich glaube, dass ihnen das in die Karten spielen wird. Zumindest so sehr, dass sie es schaffen, auf einen Relegationsplatz, auf Platz 16. Ja, das habe ich bei mir tatsächlich auch auf 16 Braunschweig, weil ich eben auch glaube, dass da was zusammenwächst. Ich fand die auch zwischenzeitlich echt gar nicht mal so schlecht, sondern einfach dann hat der gefehlt, der dann auch das Tor gemacht hat oder hätte das Tor machen können. Plus diese Positivwende auch zum Ende jetzt nochmal hin. Dann Uja, der zurückkommen wird. Und ich habe ja vor der Saison da tatsächlich, muss man sagen, einfach bei Uja gut richtig gelegen, dass der einfach ein Schlüsselspieler für Braunschweig sein kann. Und selbst wenn es natürlich immer eine Teamleistung ist, aber du brauchst am Ende so zwei, drei Spieler, die vorangehen. Und wenn man auch mal gesehen hat, selbst wenn Uja mal einen nicht gemacht hat, wer sich selber darüber aufregt hat. Also das ist ein Spiel, der brennt und der reißt Leute mit. Und ich glaube, dass ich Braunschweig eher zutraue, die Wende zu schaffen als Rostock. Und ich glaube, dass die die auch einholen. Ich glaube aber eben nicht, dass die an vielen Mannschaften vorbeiklettern. Ich sehe da einfach viele noch vor denen. Deswegen Braunschweig auf 16. Da mache ich meinen 15, würde ich sagen. Das würde dich nicht freuen. Mich? Nee. 15 habe ich bei mir Magdeburg. Ach so, das ist mir doch egal. Ja. Mach dir einen auf hart. Das ist okay. Wenn Tränen Leute, weißt du... Warte auf, nehmen wir Kuse ab, ey. Du brunst dir auf dem Kuse, drehen wir erst morgen. Alles gut. Magdeburg glaube ich tatsächlich... Also ich muss dir zumindest in dem Sinne recht geben, wo du vor der Saison gesagt hast. Rein vom spielerischen Aspekt her, auch teilweise, was sie dann da umsetzen wollen. Das sieht schon gut aus. Da bin ich auch dabei. Und ich glaube auch, wenn man da eine Konstanz reinbekommt, also dass du da halt wirklich den Fußball, den du vielleicht spielen willst, die Vision, die du hast, permanent durchsetzt, dann geht da viel mehr. Bin ich voll dabei. Habe ich am Anfang der Saison nicht so gesehen. Aber ich habe tatsächlich hier bei 15, 14, 13 mich brutal schwergetan, in welcher Reihenfolge ich wie, wo, was mache. Und ich glaube einfach, dass bei Magdeburg, und da ist vielleicht auch einfach bei mir noch der Gedanke von vor der Saison, wo ich sie da eher gesehen habe, glaube ich einfach, dass sie in der Rückrunde nicht so performt werden, wie in der Hinrunde. Zumal, das muss man halt auch sagen, dass extrem eng alles da ist. Also alles so über 16, das sind drei Punktespiele. Also wenn da einer verliert und dann ein Switch kommt, kannst du ja von 11 bis 15 alles erleben gefühlt. Ja, deswegen... Das kann sowieso, so eng wie das jetzt ist, kann es ja auch mega eng, also wahrscheinlich sind diese Positionen dann sowieso teilweise obsolet, weil es mega eng ist, aber wir werden es sehen. Also dein Platz 15, aber in der Liga bleibt, ist Magdeburg. Genau. Und das soll auch das Signal sein, die bleiben in der Liga, aber werden wahrscheinlich unten mitspielen. Ich habe auf Platz 15 Wien-Wiesbaden, weil die natürlich eine super Hinrunde gespielt haben, mit der ich auch nicht so gerechnet hätte, mit 22 Punkten, beispielsweise nur drei Punkte weniger als Hertha, aber man erkennt trotzdem schon ein bisschen den Trend und ich glaube, dass sich irgendwann die Mannschaften auch besser auf den Fußball einstellen können von Kowalczynski und auch wissen, was eben Wien-Wiesbaden macht, was sie können und wie man dagegen angehen kann. Da werden sich die Mannschaften darauf einstellen und dann wird es schwerer für Wien-Wiesbaden als häufig durch diese engagierten Auftritte. Habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, aber es ist irgendwie nie eingetroffen, aber ich glaube, dass sie in der Rückrunde dann doch noch im Abstiegskampf landen werden, weil im Endeffekt sind es ja auch nur fünf Punkte bis zu Rostock derzeit oder vier Punkte bis Kaiserslautern auf Platz 15 und ich denke, dass sie da noch von einigen Mannschaften überholt werden. Das ist mein Platz 15, bleiben aber aufgrund ihrer Top-Hinrunde dann in der Liga. Ja, das ist sehr interessant, weil ich habe auf 14 Wien-Wiesbaden, also einen über dir sozusagen. Habe ich Wiesbaden, weil ich auch nicht glaube, dass die so eine Rückrunde spielen weiter, zumal da einfach so viele Spiele waren, die hätten auch anders ausgehen können, also wo du dann so denkst, boah krass, was die gemacht haben, auch Respekt vor deren Leistung, aber trotz dessen vieles, was ich ganz anders erwartet hätte und teilweise auch Sachen, die, wenn die vielleicht ein bisschen anders eintreten, kann es auch anders ausgehen. Ich glaube nicht daran, dass Wiesbaden zum Beispiel auch eine bessere Rückrunde spielen wird als Lautern, das ist jetzt mal, um da so den Vergleich zu ziehen, deswegen, ich habe Wiesbaden auf 14. Okay, mein Platz 14 ist Kaiserslautern, obwohl die eigentlich einen ziemlich guten Kader haben und es natürlich auch sein kann, dass sie jetzt unter Dimitrios Gramotzes, wenn sie dann anderen Fußball spielen, nicht nur über ihre Heimspiele, sondern zu alter Stärke, wie am Anfang der Saison, zumindest ergebnistechnisch zurückfinden. Ich meine, auch ein Ragnarache macht einen großen Unterschied, wenn du den halt spielen lassen kannst, das ist nochmal ein großer Unterschied. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Touret zum Beispiel, der ja mitten in der Saison kam und direkt Stammspieler war, dass der in der Rückrunde richtig aufblüht dann, wenn er die komplette Vorbereitung mit denen zusammen gemacht hat. Aber ja, ich glaube, dass Kaiserslautern trotzdem Schwierigkeiten haben wird. Ich bin nicht der größten Überzeugung bei Gramotzes einfach, vielleicht liege ich damit aber auch falsch, gerade in dem ersten halben Jahr kann das anders sein, aber zuletzt glaube ich auch zwei Niederlagen in der Liga gehabt, ich glaube, die werden unten mit drin bleiben, einfach auch, weil es so eng ist und ich nicht wusste, wer jetzt unter Kaiserslautern nach meiner Auffassung stehen sollte. Was ist denn dein Platz 13? Das ist extrem witzig, weil ich habe auf 13 den KSC. 13 sind wir, ne? Ja. 13 habe ich den KSC, also Karlsruhe. Habe ich am Anfang, also vor der Saison auf jeden Fall anders gesehen, dachte irgendwie von mehr, hatte auch zwischenzeitlich Spiele am Anfang der Saison, wo ich dachte, da geht mehr. Dann waren aber auch echt viele Enttäuschungen drin, muss ich einfach auch so sagen, wo ich dann manchmal dachte, nach guten Leistungen kam dann so ein Abfall, wo ich dachte, hä, weiß ich nicht, oder auch Spiele, wo du sagst, müssen die eigentlich gewinnen, dann kommt da ein Unentschieden-Ball raus, genauso zwar auch andersrum, müssen wir verlieren, kommt da ein Unentschieden-Ball raus. Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, dass der KSC im Mittelfeld landen wird. Ich glaube nicht, dass die mit 13 im Abstiegskampf aktiv drin sind. Ich glaube, dass die im Mittelfeld landen werden, aber ich taue denen nicht zu, zum Beispiel ganz oben mitzuspielen in der Rückrunde und deswegen sind die bei mir auf 13 gelandet. Okay, bei mir ist auf Platz 13 der 1. FC Magdeburg. Wie gesagt, ich traue denen, wenn, hatte ich ja in dem Transfer-Video auch gesagt, wenn die da mal andere Transfers tätigen würden, für den Fußball auch qualitativer, da mal ein bisschen investieren würden, mehr zu mit Christian Tietz, aber mit der Mannschaft, die dann häufig auch einfach zu viele Torchancen braucht, das kommt ja auch noch hinzu, nicht nur, dass sie individuelle Fehler hinten haben, sondern viel zu viele Torchancen braucht, glaube ich, dass Magdeburg auf einem Platz landen wird, wo sie nicht ganz tief im Abstiegskampf sind, aber tendenziell halt eher unteres Drittel als obere Tabellenhälfte. Deswegen habe ich die Magdeburger auf 13 eingewertet, auch wenn sie vor der Saison für mich eine der Mannschaften waren. Aber wer weiß, letztes Jahr haben sie ja auch eine tolle Rückrunde gespielt. Vielleicht stimmen dann die Automatismen auf einmal wieder besser und sie greifen nochmal die erste Tabellenhälfte an. Es ist alles eng, es ist alles möglich, aber mit der derzeitigen Verfassung denke ich, Platz 13 ist realistisch. Bei mir auf Platz 12 ist Kaiserslautern. Also leicht über dir, trotzdessen nicht da, wo sie jetzt gerade sind, Richtung 15, weil ich einfach glaube, und das habe ich ja gerade eben schon mal kurz angesprochen gehabt, ich glaube, dass die in der Rückrunde ihre Heimspiele vor allen Dingen gewinnen werden. Und ich glaube, dass das zumindest reicht, um im Mittelfeld zu landen, also zumindest nichts aktiv mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Wenn die es dann noch schaffen, auch mal ein, zwei Auswärtsspiele zu gewinnen, dann wird es auf jeden Fall fürs Mittelfeld reichen. Ich glaube wirklich nicht dran, dass Kaiserslautern aktiv im Abstiegskampf drin ist, sondern dass die eher im ruhigen Mittelfeld sind. Und deswegen habe ich Platz 12 drin. Und da muss ich auch einfach sagen, Kaiserslautern zu Hause vor allem macht auch einfach Spaß zu gucken. Ich würde es auch denen wünschen, dass sie auf jeden Fall in der Liga bleiben. Vielleicht ist das auch noch so ein bisschen mit dabei, einfach dieser Wunsch, dass die nichts damit zu tun haben mit unten. Auch wenn man trotzdem natürlich erkennen muss, dass zuletzt ein sehr negativer Trend einfach da war. Das ist klar, aber jetzt kann man den auch gut aufarbeiten. Mal gucken, wie das jetzt mit Beuth ist. Ich habe gerade eben gesehen, wird aufgelöst, Vertrag. Aber, kam gerade eben rein. Okay, habe ich mitbekommen. Ja, war zumindest das, was ich gerade eben mitbekommen habe. Sonst könnte ich mich auch gerne korrigieren. Nee, es ist so. Beuth, ja. Genau. Und dann müssen wir mal schauen. Ja. Oh, das habe ich aber jetzt gar nicht mit gerechnet eigentlich. Ja, Kaiserslautern, was heißt, ich habe es mir angeguckt, Energieleistung war spannend zu gucken, aber teilweise auch echt ekliger Fußball, muss ich sagen. Aber, jetzt ist ja auch ein anderer Trainer da, vielleicht wird es dann auch was anderes. Aber das finde ich ja gerade eigentlich eine Breaking News, muss ich sagen, mit Beuth. Ist ja schon verwunderlich. Mal gucken, was der dann macht, ob der in die USA will oder was weiß ich. Platz zwölf war bei dir jetzt Kaiserslautern. Kaiserslautern, genau. So, bei mir ist Platz zwölf Karlsruhe. Ja, hätte ich vor der Saison auch besser eingeschätzt. Man dachte, ich dachte halt auch irgendwie, dass es durch Stindl mehr Impact gibt. Dieses krasse Mittelfeld mit Stindl, Nebel, Wannicek und so. Und auch in Gondorf finde ich ja einen guten Fußballer. Ich dachte auch, dass Eichner, solange er jetzt da ist, dann irgendwie irgendwann dann mal seine Wirkung richtig entfalten wird, wenn seine Idee auf Fußball ausgeht. Es kam aber nicht so richtig. Ich glaube auch nicht, dass Karlsruhe da ganz unten wieder reinrutscht, wie es ja zwischenzeitlich in der Hinrunde der Fall war. Dafür ist die Mannschaft für mich eigentlich viel zu gut. Ich glaube, es wird einfach so eine mittelmäßige Saison, wo du aber auch nicht wirklich tief im Abstiegskampf drin bist. Tja, Elf wäre das dann da bei mir, ne? Ja. Elf habe ich Nürnberg. Nürnberg. Elf habe ich Nürnberg. Guck mal, du wartest schon die ganze Zeit auf Kiel, ne? Ja. Ich dachte, was sagt er jetzt? Das kann er jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht. Nee, auf Elf habe ich Nürnberg. Nürnberg. Ich glaube einfach, dass die diese Saison eine Saison spielen werden im Mittelfeld. Ich glaube, dass die weder unten noch oben mitmischen werden. Ich sehe die so genau dazwischen irgendwo. Ich glaube aber auch, dass es für Nürnberg in dieser Saison gut ist, wenn man auch im Mittelfeld einfach landet. Also, dass man eben nichts mal mit dem Abstiegskampf zu tun hat, dass man eine relativ ruhige, in Anführungszeichen ruhige Saison erleben darf, um sich dann auch weiter zu stabilisieren. Vor allen Dingen nach der Rückrunde letztes Jahr, glaube ich, ist das doch dann schon, ich sage mal, eine bessere Platzierung oder eine ruhigere Saison einfach auch für die Fans. Ich habe auch auf Elf Nürnberg, weil das kann sich natürlich im Laufe einer Saison noch ändern mit dem jungen Trainer, aber da es einfach so eine krassen Schwankungen gibt in den Leistungen. Dann denkst du zwischenzeitlich, boah, jetzt sind sie ja richtig gut mit dabei, die könnten vielleicht oben mitspielen, dann kommen wieder so deftige Niederlagen hintereinander weg, die auch überhaupt nichts mehr zu tun haben mit den Spielen davor, wo sie wirklich gut performt haben. Also da fehlt mir absolut die Konstanz und ich glaube jetzt auch nicht zwangsläufig, dass sie die in der Rückrunde reinkriegen. Wir reden ja hier noch gar nicht davon, was im Winter-Transferfenster noch alles passieren kann. Stell dir mal vor, auf einmal holt irgendjemand das Talent Jan Usun im Winter noch, dann wird es, glaube ich, noch schwerer. Sie haben halt auch... Viele Gerüchte gibt es. Genau, da gibt es viele Gerüchte, darauf gehen wir jetzt gar nicht so ein, sondern einfach, wie die Fußball gespielt haben in der Hinrunde und da glaube ich, genau wie du, ein Mittelfeldplatz zwischenzeitlich vielleicht auch mal andere Phasen, also vielleicht sind die zwischenzeitlich mal schlechter oder sogar besser, aber werden sich dann irgendwie im Mittelfeld einpendeln, wo es dann relativ früh in der Saison eigentlich um nichts mehr wirklich geht. Ja, auf 10 habe ich Elversberg. Kann ich gleich sagen, habe ich auch. Ja, perfekt. Da können wir direkt allgemein über 10 reden. Also ich glaube, dass Elversberg mit einem 10. Platz auch sehr, sehr zufrieden sein kann einfach. Das muss man auch so sagen. Viel besser, als viele gedacht hätten. Spielen super attraktiven, geilen Fußball, was mich super freuen würde, wenn die das auch in der nächsten Saison so fortführen würden. Glaube ich aber auch, weil die auch in dieser Saison sich als Aufsteiger treu geblieben sind. Wir haben ja noch vor der Saison gesagt, ob die das so dann auch in der zweiten Liga spielen, man weiß es nicht. Ja, dann laufen die da auf einmal in den ersten zwei Spielen gefühlt am Fünfer an, wo du so denkst, was machen die da? Das ist eigentlich so ein langer Ball und dann Eieiei. Aber die sind sich da einfach treu geblieben. Die spielen auch vorne vor allen Dingen sehr schnell. Damit kannst du auch jeder Mannschaft wehtun. Die sind sehr unangenehm auch zu bespielen, weil die einfach dieses leidenschaftliche Pressing ausüben. Und ich glaube nicht, dass es rein fußballerisch für viel mehr reicht. Also kann natürlich auch neun und achtetel sein, aber jetzt nicht unter den ersten fünf. Aber ich glaube auf gar keinen Fall, dass sie komplett abdampfen werden nach unten. Deswegen zehn fand ich eine ganz gute Lösung da. Sehe ich genauso. Fagir kommt ja auch noch wieder mit zurück. Im Sommer wird man dann sehen, da wird bestimmt auch der ein oder andere Spieler den Klub verlassen. Aber sie haben ja auch letztes Jahr zum Beispiel mit eurem Voltemade, der ja für die dritte Liga echt ein Topspieler war. Haben sie auch einfach, hat man gar nicht gemerkt, dass der weg war jetzt in der Zweitliga-Saison. Und das ist einfach der Verdienst von Horst Steffen und der Kader-Zusammenstellung. Also neben den Fähigkeiten halt auch, was das für eine Mannschaft dann am Ende ist. Und ich glaube auch, auch wenn jetzt die letzten Spiele der Trend negativ war, dass Elversberg in die Rückrunde wieder total selbstbewusst startet und ihre Punkte holen wird. Und sie haben ja auch schon 24 Punkte. Ich meine, das sind nur zwei mehr als WN Wiesbaden. Aber sie haben mich vom fußballerischen halt viel mehr als WN Wiesbaden überzeugt. Deswegen habe ich sie auf Platz 10. Ja, ich habe auf Platz 9 übrigens Greuther Fürth stehen. Ich glaube nicht, dass die, auch wenn die jetzt gerade Fünfter sind, was für mich schon sehr überraschend war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Klar, nach dem ersten Spiel hätte ich vielleicht gesagt, wow, kann ja sein. Aber danach dachte ich auch teilweise, eieieiei, was machen die dann da? Spielen trotzdem eine gute Saison, muss man einfach so sagen. Ich sehe aber einfach andere Mannschaften vor Greuther Fürth. Das ist einfach bei mir das. Und deswegen glaube ich persönlich, vor allem, wenn man sich mal anguckt, so 5 bis 9, das sind 5 Punkte. Also das ist alles verdammt eng. Ich glaube, dass Greuther Fürth auf Platz 9 landen wird. Das ist aber vielleicht eine ganz gute Platzierung auch für die. Ich habe auf Platz 9 Paderborn und da muss ich jetzt sagen, habe ich eigentlich nicht so wirklich die Begründung. Das ergibt sich einfach, wie ich andere Vereine sehe, weil Paderborn mich total überzeugt, ich die richtig gut finde. Auch immer wieder geben die ja alle möglichen Spieler ab und haben nach einer anfänglich schwachen Phase, wo sie ganz unten mit dabei waren, sich total rausgekämpft, hätten vielleicht sogar noch mehr Punkte haben können. Also spielen eine richtig gute Saison. Ich weiß nicht, was mit Mousselia ist, ob der vielleicht im Winter sogar noch geht, hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Aber unabhängig mal davon glaube ich, dass das eine super Saison wird unter dem Trainer, der mir sehr gefällt. Aber die anderen habe ich halt einfach mit noch besser gesehen, weil für mich Paderborn auch gar nicht so den krassen Kader an sich hat, sondern die einfach gut als Team funktionieren. Dass ich dann aber auf Strecke und wenn es dann in diese Crunch-Time, in die wichtigen Spiele kommt, schon dann auch die individuelle Qualität häufig mal durchsetzen wird. Deswegen glaube ich, Paderborn auf 9, also genau auf der Hälfte ist auch glaube ich, eine gute Platzierung, ist auch besser, als ich vor der Saison gedacht hätte. Du hast sie ja vor der Saison schon relativ hoch gesehen und ich glaube, da beschwert sich auch keiner an Paderborn, wenn du dann 9. wirst. Bei mir landen sie ja auch genau jetzt einen Platz über dir. Ich habe Paderborn auf 8 gemacht und sage da auch, jetzt kann ich ja leider nichts mehr zu Kruse sagen. Ja. Sonst wäre es vielleicht, ich glaube, 3 geworden, man weiß es nicht. Aber Paderborn spielt einfach, auch wenn die anfangs echt Schwierigkeiten hatten, mussten ja auch erstmal so ein bisschen in die Saison sich reinfinden, haben die hinten heraus eigentlich schon echt noch überzeugt. Und ich glaube, dass die auch eine gute Saison weiter spielen werden. Was mir Paderborn in den letzten Jahren aber oft gefehlt hat, war dann irgendwann auch die Konstanz. Also in den wichtigen Spielen dann eben auch nochmal Punkte mehr zu holen. Die hatten auch die Möglichkeiten auch in den letzten Jahren, wo man gesagt hat, oh, könnte vielleicht auch Richtung Aufstieg mal gehen oder zumindest da wirklich mitzuspielen. Und dann hat wieder was gefehlt und das glaube ich eben auch in dieser Saison. Plus, dass ich einfach andere Mannschaften deutlich noch davor sehe und deswegen bin ich bei 8 Paderborn. Ich bin bei 8 bei Gräuter Fürth und da kann ich mich an deine Ausführungen anschließen. Die haben jetzt eine sehr, sehr gute Serie gestartet und funktionieren auch gut, auch unter anderem mit Leihspielern wie Urbig und Lemperle, die ja vielleicht für Köln nochmal wichtig werden könnten im kommenden Jahr. Aber auch ein Green spielt eine fantastische Saison, viele gute Standards, spielen guten Fußball, aber auch da sage ich oder Rigota für mich von der Qualität her dann nicht so gut als genau das Gleiche wie bei Paderborn. Die haben für mich noch einen besseren Kader als Paderborn, aber wenn es jetzt in diese Duelle kommt, keine Ahnung, 30. Spieltag und sie spielen gegen eine Topmannschaft, für die es um alles oder nichts geht, um Aufstieg geht, ich glaube, da können sie dann einfach nicht mithalten, wenn der Gegner zu 100 Prozent gibt und deswegen glaube ich eine gute Platzierung, aber nicht jetzt Top um Aufstieg mitspielend. Platz 8 bei mir. Platz 7 tue ich mich tatsächlich sehr schwer. Ihr merkt auch, bei mir auch immer noch nicht genannt, Schalke, Hertha, etc. Weil ich ab Platz 7 das alles sehr, sehr spannend finde. Ich muss sagen, Platz 1 ist so bei mir, werdet ihr später sehen, eine Mannschaft, wo ich wirklich sage, die sind da durch, also die sehe ich auf jeden Fall als festen Aufsteiger, werdet ihr aber später sehen. 7 ist jetzt bei mir eine Mannschaft, wo ich eigentlich sage, ich habe lange Zeit die oft gelobt, für die Reife, die die dazu gewonnen haben, Hannover. Habe ich auch auf 7. Ja, die haben auch viel dazu gelernt, vom Effekt her, finde ich persönlich. Dann haben die aber auch wieder Spiele drin gehabt, wo ich gedacht habe, ich verstehe es irgendwie nicht. Ich finde auch viele Teile des Kaders eigentlich sehr interessant oder sehr spannend. Spieler, die auch vorangehen können. Aber da gibt es Spiele, wo ich sage, Alter, da überzeugen die mich gleich null. Also das ist dann wirklich so, wo ich sage, boah, das ist dann zu wenig. Gerade jetzt hinten heraus, vielleicht trübt das auch, dass man dann... Die letzten 7 Spiele waren eigentlich nicht so... Ja, genau. Deswegen, im Endeffekt muss man ja sagen, die sind jetzt auf 8, ich tippe die auf 7, also sogar leicht drüber. Trotzdessen glaube ich nicht, dass es reichen wird für die ersten 3 oder ersten 4. Aber ich tue mich da wirklich sehr schwer, muss ich einfach sagen. Ja, die letzten Plätze sind übelst schwer, könnte auch sehr eng werden. Bei mir ist bei Hannover auch das Ding, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es jetzt nicht optimal weitergeht in der zweiten Saisonhälfte, ob das dann von den Medien oder von Martin Kind oder so kommt, dass Leite als Trainer wieder ein Thema wird, ob das der richtige ist. Weil vom Kader her, muss ich schon sagen, muss das Ziel von denen schon sein, aufzusteigen. Also die haben richtig gute Spieler und die haben auch teilweise richtig gute Spielzüge, aber wie du schon sagst, diese Konstanz und dann auch teilweise Passivität, zum Beispiel auch so ein Spiel wie gegen Schalke oder so, was dann auf einmal mit drin war, wo Schalke ja wirklich unten war, am Boden war, da verlieren sie dann halt einfach 3-2, wo dann vielleicht auch der Keeper keine gute Figur gemacht hat, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und es gab einige so eine Partien, auch gegen Karlsruhe, dass die da überhaupt erstmal 2-0 hinten lagen. Ja, haben ihre Comeback-Qualitäten, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, Platz 7 ist ja eine hohe Platzierung. Für mehr wird es dann aus meiner Sicht dann nicht reichen. Und man muss sagen, weißt du, auch so Spieler wie Halstenberg, Neumann oder Tresoldi zum Beispiel, das sind so 3, die ich zum Beispiel sehr interessant, oder auch Köhn natürlich, wenn man jetzt auch dazu zählt, das sind so 4 Spieler, auch wenn Tresoldi jetzt letztendlich in der Startelf war, aber von denen ich einfach sage, Alter, da kann man schon echt eine Achse auch drum bilden. Neumann ist ja übrigens auch jemand, werden jetzt vielleicht auch ein paar Hannover-Fans verstehen, den finde ich auch interessant für Werder rein vom Ding her. Weil der bringt einfach so einen Impact, ja und so breit, also mit so einem Körper in diesen Tempo reinzugehen, hat ja früher bei Kiel auch Rechtsaußen gespielt, also Rechtsaußerteiliger und ist da hoch und runter gegangen mit dem Körper, wo du so denkst, boah krass, ne? Ja, aber ich weiß nicht, man merkt es ja, allein wie viel mehr wir jetzt zu dem Verein sagen, ich finde es einfach schwierig, aber ja, ist auf jeden Fall mein Platz 7. Dann 6. Sag doch dein Platz 6. Ich sag 6, mein Platz 6 ist tatsächlich Schalke 04. Oh, meiner auch, jetzt wird es ja spannend hier. Jetzt wird es ja wirklich spannend, ne? Vor allen Dingen, ich habe gerade eben noch gesagt, ich glaube, ich werde ein paar Kiel-Fans auf den Schlips treten, du hast Kiel, ist bei dir auch noch nicht genannt worden, mal gucken. Jetzt bin ich auch noch nicht genannt, aber Schalke habe ich auch auf 6. Ich habe mitbekommen, wenn ich mir manchmal so Content angeschaut habe oder auch in unseren Kommentaren oder im Twitch-Stream gesehen, dass ich glaube, Außenstehende teilweise Schalke mehr zutrauen als die eigenen Fans. Die sagen, ach, das wird nix und so weiter, aber ich finde die letzten drei Auftritte, 4-0, 2-0 in Rostock, ja, Osnabrück, 4-0, 2-0 Rostock und dann 2-2 gegen Fürth, was so ein bisschen so ein Test dann war, Härtegrad-Test, wo man auch nur verloren hat durch ein, oder nur 2-2 kassiert hat durch einen individuellen Fehler von Mohr. Ich finde, die haben schon gezeigt, wo es hingehen kann und jetzt hat doch der Trainer, Karre Gerrits, eine gesamte Vorbereitung Zeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Schalke noch was macht. Über die Feiertage haben sie auch noch Knebel jetzt direkt rausgehauen. Da sind natürlich viele Sachen, die hinter der Mannschaft problematisch sind, aber weiterhin sage ich, so schlecht ist dieser Kader nicht. Und ich glaube, auch wenn sie jetzt beispielsweise fünf Punkte hinter Hertha sind, dass die da noch eine Rolle spielen werden und dass die über, auch wie du es bei Kaiserslautern gesagt hast, dass die über ihre Heimspiele vielleicht auch mal die eine oder andere Punkteserie starten werden. Ja, das glaube ich eben auch. Ich glaube aber einfach, dass der Abstand zu ganz oben, zu weit weg ist, dass die halt noch mehr schaffen. Wobei ich auch sagen muss, nach der Hinrunde wäre Platz sechs echt gut für Schalke. Auch wenn natürlich, man muss es auch so sagen, wie weit geht dann Kader-Technik was für die nächste Saison, was ist da möglich? Das Ziel muss weiter der Aufstieg sein, das ist ganz klar. Trotzdessen, das weiß ja auch jeder, ich wünsche mir sowieso einige Traditionsbücher aus der zweiten Liga hoch, aber auch Schalke, das muss jeder auch ja neidlos anerkennen können, die haben eine riesen Fankultur und das wäre einfach auch gut für die erste Bundesliga, wenn die wieder hochkommen würden. Trotzdessen glaube ich leider, dass es in dieser Saison eben nicht reichen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass man vielleicht am Ende im Gesamten damit zufrieden sein kann nach dieser Hinrunde. Wo ja schon die Angst bei manchen Leuten bestand, man wird irgendwie durchgereicht oder so. Genau, ja, ja, ja. Also ich glaube schon, dass da nochmal krasse Wanderung passieren wird und wie gesagt, wenn die einmal drei Siege in Folge hinkriegen, dann machst du auch richtig Boden da gut in der Tabelle. Ja. Platz fünf, jetzt bin ich nochmal gespannt. Ich auch bei dir. Also ich habe auch fünf Düsseldorf. Ich habe schon gesagt, Düsseldorf habe ich auch. Warum werden dich die Kiel-Fans hassen? Ich habe auf fünf Kiel. Dich werden die Kiel-Fans hassen. Der freut sich. Hätte ja nicht mit gerechnet. Weil Kiel halt auf eins ist und ich habe denen schon was abgezogen, also gut was abgezogen, wird man jetzt gleich noch sehen, aber du hast ja noch mehr abgezogen. Wunderbar. Ja, fang mal an mit Kiel. Ja, ich meine, die haben jetzt fünf Punkte Vorsprung vor Düsseldorf derzeit. Ich bin auch weiterhin begeistert von diesen Auftritten des Teams, von dieser Mischung, was ich immer wieder sage, wie sie das machen. Ich bin begeistert von Marcel Rapp, aber ich glaube, dass ähnlich wie bei Paderborn oder Fürth in dieser Crunch-Time sich irgendwann dann individuelle Qualität durchsetzt auf die gesamte Strecke. Wer weiß, vielleicht ist es am Ende die Überraschungsmannschaft, die wirklich direkt aufsteigt. Das wäre der Wahnsinn. Ob das für die Bundesliga der Wahnsinn wäre, weiß ich jetzt nicht, aber es wäre auf jeden Fall der Wahnsinn und allein durch die Hinrunde hätten sie es ja dann auch verdient, wenn sie es punktemäßig schaffen. Ich glaube aber, dass es nicht so weitergehen wird. Sie haben natürlich auch viele Punkte geholt, zum Beispiel wie auf Schalke dieses Spiel. Da weiß ich nicht, wie das im Rückspiel dann aussieht, ob man da auch einfach Schalke so an die Wand spielen wird. Das wird in der Rückrunde anders laufen, gehe ich mal von aus. Auch wenn es in Kiel ist. Sie spielen dann eben nicht mehr zu Hause gegen Hamburg, die immer ihre Auswärtsschwäche haben. Sie spielen auswärts in Hamburg. Keine Ahnung, wie das dann da aussieht. Und aufgrund solcher Spiele, wo ich dann doch eher auf den vermeintlichen Favoriten tippe, mit der besseren individuellen Besetzung, glaube ich, werden sie noch runterrutschen. Aber sie werden keine Katastrophen-Rückrunde spielen, weil sonst hätte ich sie noch weiter irgendwo anders gesehen. Ich glaube, dass sie da im Aufstiegskampf eine Rolle spielen, ist am Ende aber nicht reicht. Also bei mir muss ich, ja, ich muss erst mal sagen, die ersten fünf sind vier Mannschaften, wo ich sage, die spielen um den Aufstieg. Eine, die durch ist, so für mich. Und von diesen vier Mannschaften musst du ja irgendeine Reihenfolge festlegen. Das ist es einfach bei mir. Und Düsseldorf hat für mich in dieser Hinsicht, in dem direkten Vergleich, wo ich sage, schaffen sie es einfach nicht ganz. Und die anderen Mannschaften sehe ich einfach drüber. Aber trotzdessen glaube ich, dass Düsseldorf eine sehr, sehr gute Saison spielen wird. Das ist ein sehr guter Platz. Fünf. Ich glaube auch, dass das übrigens zwischen drei und fünf extrem eng sein wird. Also eins und zwei, glaube ich, werden sich irgendwann absetzen. Aber zwischen drei und fünf, glaube ich, wird es brutal eng werden. Und ich glaube, dass Düsseldorf auf fünf landet. Ich glaube einfach, dass hinten heraus die Konstanz fehlen wird. War auch in den letzten Jahren schon öfters der Fall dann. Ja, das ist bei mir bei fünf und vier habe ich übrigens Kiel. Deswegen kann ich direkt... Kann ich mal über Kiel sagen? Genau. Ich glaube einfach, also Kiel hat uns alle überrascht in der Hinrunde. Ganz klar, bei mir wahrscheinlich die meisten Punkte bei Kicktipp geklaut. Liegt aber nicht daran, dass ich irgendwas gegen Kiel habe. Im Gegenteil, ich freue mich ja sehr für die. Ich habe mich damals auch für Finn Bartels sehr gefreut, als er von Bremen dort hingegangen ist wieder. Wo die dann auch die Bayern rausgehauen haben, habe ich damals zum Beispiel auf dem Werder-Kanal auch ein Extra-Video noch gemacht, wo ich die gelobt habe für diese Einstellung einfach. Ich finde auch allgemein, dass Kiel eine völlig überraschende Saison spielt. In manchen Spielen hätte ich die überhaupt gar nicht als Sieger auch gesehen, aber die haben halt einfach die Spiele gewonnen und sich am Ende diese 35 Punkte auch verdient. Trotzdessen glaube ich nicht, dass in der Rückrunde die gleiche Punkte ausbeute nochmal erzielen werden. Das kann ich mir gerade einfach nicht vorstellen. Aber weil eben die mich so überrascht haben und weil die eben so viele Spiele gewonnen haben und so gut dann teilweise gespielt haben, glaube ich trotzdem, dass es für den vierten Platz reichen wird, die um den Aufstieg spielen, aber es eben nicht schaffen beziehungsweise knapp dann verpassen. Ich habe ja gerade schon gesagt, zwischen drei und fünf ist bei mir sehr eng. Mein Platz vier ist Düsseldorf, die eigentlich diese Mann, die sie haben, dieser kleine Kader, echt eine hohe Qualität hat und ich halte auch viel von dem Trainer. Glaube aber ähnlich wie du, auch wenn sie jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr gute Tordifferenz auch haben, was ja auch nochmal eine Rolle spielen wird, wenn es sehr eng wird. Ich glaube aber auch, dass es da an ein, zwei Punkten dann hapern könnte, dass sie es nicht in die Aufstiegspositionen schaffen. Bin mal gespannt, ob sie im Winter dann noch was tun, neben Daferner, den sie jetzt geholt haben, wo ich aber auch nicht glaube, dass es ein Stammspieler bei denen sein wird. Ich glaube, der ist eher für die Kaderbreite. Bei Tanaka, mal gucken, wer weiß, ob da noch einer vielleicht dann auch gehen könnte. Ich finde den Kader super, ich finde sie richtig gut. Ich glaube, die spielen bis zum Ende um den Aufstieg mit. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass sie am Ende irgendwie auf Platz drei landen, aber ich glaube, es reicht ganz knapp nicht. Ähnliche Begründung wie bei dir, das ist unter den ersten fünf Plätzen mega eng und mega schwer einschätzbar dann. Ja, das wird... Aber wer weiß, wir spielen ja jetzt gegen Düsseldorf, vielleicht gewinnen die direkt gegen uns, dann ist meine Prognose nämlich absolut erstmal weit, 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 weit entfernt. Sollten wir aber gewinnen, dann geht es in die Richtung. Was ist denn dein Platz drei? Ja, jetzt kommen wir zu den sehr schwierigen Plätzen. Also es ist allgemein die letzten fünf waren nicht schon sehr schwer, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass drei und das werden, da werden mich, glaube ich, Leute wieder hassen, dass ich den HSV wieder auf drei wähle. ja, aber Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. HSV auf drei, ja? Ja, ich habe HSV auf drei. Ich kann es auch erklären, nicht weil die jetzt gerade auch dritter sind. Ich habe ja, ich glaube seit drei Jahren, vor allem als wir selber in der zweiten Liga waren, sage ich ja gefühlt jedes Jahr aufs Neue, Alter, eigentlich wäre das nur der wie in der ersten Liga mal wieder geil. So, stehe ich auch weiter zu, würde ich mich auch weiter darüber freuen. Trotzdem glaube ich einfach, überraschend für mich selber, weil vor der Saison habe ich die auf eins getippt, dass die jetzt in den schwierigen Monaten, wenn die jetzt gerade schon auf drei stehen und diese schwierigen Monate dazukommen werden, wo die sich immer schwer tun, kann ich mir nicht vorstellen, dass der HSV auf den ersten beiden Plätzen landet und deswegen glaube ich, aber weil ich trotzdem weiß, was die für eine Qualität haben, dass die eben dritter werden. Es ist für mich super, super eng alles. Es wird vor allen Dingen eben darauf ankommen, wie die diese schwere Phase meistern. Will ich auch vorweg sagen, meistern die die doch mal komplett, also auch diesen Februar, März, ja, da ab da die Ecke, wenn die da dann eine Konstanz aufweisen und auf einmal die Spieler trotzdem alle gewinnen, dann kann der HSV auch unter den ersten Beinen aufsteigen, ja. Aber so glaube ich, dass der HSV Dritter wird. Das heißt ja, dass eine Mannschaft, die du noch nicht genannt hast, direkt aufsteigen wird. Ich habe Hertha auf drei und ich dachte eigentlich, wenn ich sowas sage, dann sagen alle, der ja ist Hertha-Brille, aber ich habe mir auch von Kick-Off, liebe Grüße gehen raus, an Thiele, die Prognose angeschaut. Der hat Hertha auch auf drei getippt. Dann habe ich das von vielen externen gehört. Da dachte ich so, ich kann doch jetzt nicht als Hertha-Fan pessimistischer sein als alle externen. Und ich finde, auch wenn das natürlich ein derber Rückschlag war mit dem 0-0 gegen Osnabrück, diese letzten neun Spiele ungeschlagen, auch wenn da viele Unentschieden dabei waren, dass das halt für die Rückrunde einen Hype erzielen könnte. Wir wissen, dass Hertha immer wieder mal Probleme in der Rückrunde hat. Wie gesagt, das kann auch total nach hinten losgehen, wenn du jetzt gegen Düsseldorf zu Hause verlierst und im Pokal rausfliegst gegen Kaiserslautern. Sollte man es aber schaffen, beispielsweise gegen Düsseldorf zu gewinnen und da wieder Boden gut zu machen und dann noch im Pokal weiterzukommen gegen Kaiserslautern, ich glaube, dann wird einfach auch was Emotionales frei im Umfeld und auch in der Mannschaft, wo du dann diese ganzen Spiele durch individuelle Qualität auch für dich entscheiden kannst und ein großer Aspekt bei mir ist, auf Platz drei, unser größtes Problem ist das kreative Mittelfeld und da sollen eigentlich vier Spieler zurückkommen und das ist ja eigentlich, als ob du vier neue Spieler holst, die alle nicht gespielt haben über Monate, manche haben gar nicht gespielt, wie Maser zum Beispiel, der fehlt die ganze Zeit. Wenn vier Spieler für eine Kreativposition zurückkommen, also wer hat vier Neuzugänge auf Kreativseite für eine Rückrunde und ich glaube, das wird uns sehr, sehr helfen und ich gehe einfach auch davon aus, dass Fabian Reze, wenn er wechselt, halt erst wechselt, wenn wir nicht aufsteigen sollten, außer es kommt jetzt irgendwie Wolfsburg mit 15 Millionen um die Ecke, dann muss Hertha natürlich was machen, aber diese ganzen anderen Klubs, die da kolportiert werden, wenn da einer jetzt fünf, sechs, sieben Millionen zahlt, wird Hertha sagen, ey, das können wir einfach jetzt nicht machen, auch wenn wir das Geld natürlich brauchen, aber das wäre völlig ins eigene Knie geschossen. Und deswegen glaube ich, dass Hertha da, auch wenn sie fünf Punkte Rückstand derzeit haben, noch auf Platz drei kommen kann. Ob ich dann darüber glücklich bin und wie das dann alles ausgeht, werde ich sehen, aber ja. Ja, also ich kann erst mal sagen, dass jetzt noch 51 Punkte zu vergeben sind in der Rückrunde und von diesen 51 Punkten... So, mach mal weiter, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, also von 51 Punkten, die noch zu vergeben sind, habe ich mal geguckt, wie das eigentlich bei Werder war. Weil ich habe ja, falls ihr euch erinnert, vor der Saison prognostiziert, dass ich glaube, dass Hertha einen ähnlichen Lauf wie Werder nehmen wird und dass wir in der Rückrunde auch nicht unter den Top drei waren und dann diese Aufholjagd eben kam... Hinrunde meinst du? Äh, nach der Hinrunde und dass dann eben in der Rückrunde diese Aufholjagd kam und wir am Ende mit 63 Punkten aufgestiegen sind. Und um 63 Punkte zu erzielen, bräuchtet ihr jetzt noch 38 Punkte von 51 zu vergeben. Mit diesem Lauf, den ich denke, den ihr haben werdet, finde ich, ist das absolut realistisch. Also von 51 Punkten 38 noch zu holen, finde ich überhaupt nicht ausgeschlossen. Insofern also 63 Punkte wieder reichen werden für Platz zwei, sehe ich euch auf Platz zwei. Also ich habe Hertha auf zwei getippt. Damit ist ja auch klar, dass ich Pauli auf eins habe und das ist für mich mein klarer Absteiger. Ich habe eins klagen genommen und ja, Aufsteiger, weiß ich gar nicht, was los ist gerade. Eins, Pauli eben, mein klarer Aufsteiger. Zwei eben Hertha, insofern diese Punkte Reihenfolge klappt und der HSV diese schlechte Phase haben wird. Hat der HSV die schlechte Phase nicht, dann ist HSV bei mir zwei und Hertha drei. So ist es aber eben Hertha auf zwei und ich glaube auch wirklich, dass das eintritt, was eben bei uns auch passiert ist. Irgendwann ist dieser Glaube auch da, dass du aufsteigen kannst und dann geht nochmal ein ganz anderer Geist durch die Mannschaft durch. Vom Kader her gesehen, habt ihr absolut einen konkurrenzfähigen Kader, das muss man so sagen. Viel besser als viele andere Zweitligisten. Da sehe ich einfach, Hertha deutlich vor. Dann die Verletzten, die zurückkommen, plus Sachen, die man vor der Saison eben nicht wusste, wie, dass auf einmal Karbovnik kam, wie, dass auf einmal junge Spieler viel besser funktionieren, als man es vielleicht dachte oder wo du Temporekorde aufgestellt hast, wo man dachte, uiuiui, da ist aber schon echt gewaltig was noch drin im Kader von Hertha und ich glaube, dass eben die Heimspiele da auch nochmal was ausmachen können, weil eben, klar, du musst es auch immer aus dem anderen Blickwinkel sehen, für jetzt zum Beispiel Braunschweig oder Wien-Wiesbach, wenn die nach Hertha kommen, dann ist es natürlich immer so, dass du sagst, Alter, ja, die wollen natürlich 110 Prozent geben, aber du kannst eben auch als eben Festung aufbauen und nutzen, die wichtigen Spiele werden halt die sein gegen die direkten Konkurrenten, jetzt kommt aber auch das Eigentliche und das ist das, wo man auf die Rückrunde immer gucken muss, es gibt keine, nur noch die wichtigen Spiele, alle Spiele sind wichtig jetzt, du darfst keine Ausrüttung, jede Niederlage könnte eine zu viel sein und das ist das, wo ich sage, das wird wahrscheinlich schwer werden bei Hertha, weil manchmal dann doch so ein komisches Spiel kommt, wo du denkst, aber wenn das nicht passiert, glaube ich, steigt Hertha auf und Pauli geht auf 1, weil die den besten Fußball einfach spielen, den konstantesten, ich sehe keine Mannschaft, die Pauli komplett zum Wackeln bringt, deswegen sage ich, die gehen hoch. Ich habe HSV auf 2, ich weiß nicht, warum ich immer wieder eigentlich den gleichen Fehler mache, wie Einstein gesagt hat, Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, ich sage immer wieder, dieses Jahr schaffen sie es und auch immer wieder sage ich es mit Walter und dann kommt diese Phase, wie du sie beschrieben hast und sie schaffen es doch nicht. Ich glaube irgendwie dran, weil für mich sich herauskristallisiert hat, noch viel mehr in der Saison, dass die mit Abstand den besten Kader haben und ich einfach glaube, dass da viele Mannschaften immer mal wieder Punkte lassen. Es könnte vielleicht sogar sein, dass dieses Jahr verhältnismäßig wenig Punkte für Platz 2 dann eben reichen und ich glaube, das wird der HSV trotz etwaiger Auswärtsniederlagen gegen Mannschaften, wo man eigentlich nicht mit rechnet, wird es für sie reichen. Haben auch schon wieder interessante Gerüchte, dass sie vielleicht im Winter nochmal sich verstärken und nachlegen, aber ich kann deiner Argumentation absolut folgen und würde mich natürlich freuen, wenn der Hertha auf Platz 2 landet und der HSV auf 3, aber ich habe beide Hamburger Teams als Direktaufsteiger und St. Pauli, glaube ich auch bei diesem Fußball, weil sie auch noch wenig Druck haben, dass sie das komplett durchziehen bis zum Ende der Saison. Also mir fällt jetzt nichts ein, warum sie einbrechen sollten. Sie hatten letztes Jahr, als Hürzeler kam, diese 10 Siege in Folge, von einem Abstiegskandidaten bis ganz nach oben gerutscht, haben nahtlos daran angeknüpft, sind immer noch ungeschlagen und ich wüsste nicht, warum das jetzt einbrechen sollte. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Reihe von Unentschieden, aber dann holen sie ja trotzdem Punkte und verschenken eben keine. Ich glaube auch, St. Pauli wird es schaffen, auch wenn ich weiterhin sage, ey, klar kann es auch mal passieren, was du gerade bei Hertha beschrieben hast, dieser Glaube da dran, wenn dann irgendwann mal eine Phase kommt, wo sie dann doch zwei, drei Spiele verlieren und sie sagen, ey, unsere Spielweise funktioniert gerade nicht, irgendwie haben die ein Mittel dagegen entwickelt, dass es dann für sie vielleicht doch nochmal schwierig werden könnte, weil sie sind ja jetzt noch nicht mit so einem Abstand vorneweg, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Ich glaube, St. Pauli wird das durchziehen und am Ende mit Fabian Hürzeler dann auch aufsteigen. Ja. Das ist unsere Prognose. Da wird wieder viel gestritten werden, bin ich mir sicher, über unsere Einschätzung. Mal gucken, wie weit wir am Ende der Saison daneben liegen. Es wird ja dann die erste Saison sein, wo wir wirklich im Nachgang dann mal vergleichen können, was wir gesagt haben. Ja. Ihr seht, wie gesagt, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, viele Veränderungen zu unserer Vor-der-Saison-Prognose, wo aber auch noch vieles einfach nicht feststand vom Kader, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel so ein Karbovnik oder so. Bin sehr, sehr gespannt. Es ist eine sehr, sehr enge Liga. Es ist noch eine viel engere Liga als die erste Liga und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, wenn ihr uns unterstützen wollt und morgen gibt es die Erstliga-Prognose. Und die letzten Worte gehören natürlich Nico, den ich jetzt ja anhimmel, so wie er hier meine Mannschaft getippt hat. Ja, besser ist das auch. Ich muss hier viel Risiko gehen. Kiel-Fans werden mich hassen. Tatsächlich wollte ich noch kurz sagen, dass wir vor allen Dingen ja auch auf dem Weg zu den 7000 Abonnenten sind, aber auch im Februar, am 14. Februar, jetzt dann ein Jahr auf YouTube sind. Das heißt, es ist sozusagen, das heißt, wir gehen jetzt, wir sind gerade im letzten Monat sozusagen vor dem Einjährigen. Von daher, ihr könnt auch noch im ersten Jahr von YouTube mit dabei sein. Vielen lieben Dank an alle, die diesen Weg auch bis hierhin schon begleitet haben. Was ist das für ein Tag? Da müssen wir noch einen Geburtstag-Stream machen. Ja, 14. Februar, ich glaube, das ist Weihnachtszeit, wird für uns wahrscheinlich schwierig, Bruder. Das könnte Nali und die wollen nicht so gut gefallen. Es ist Mittwoch, müssen wir mal schauen. Dienstag sind wir live. Dienstag reinfeiern. Ich wollte gerade sagen, vielleicht Dienstag dann rein, längeren Dings-Talk machen und dann rein in den Geburtstag. Da müssen wir ganz viele Gäste einladen. So sieht es aus. Freunde, Däumchen da oben nicht vergessen und dann viel Spaß bei dem Video. Ciao, ciao.